So, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde anschoddern. Diesmal wieder als Seelenüberlebender. Und wir warten jetzt mal eben drauf, dass alle Spieler da sind. Dauert ja mal wieder ein bisschen länger. Da hin oder gehen wir gleich da rüber? Da sind halt zwei. Zwei Heilquellen. Hier drüben ist nur eine. Die ist natürlich deutlich näher dran. Also im Prestonöl gibt es zwei, im Minenkoller gibt es zwei und im Gaswerk gibt es zwei. Das ist das gleiche wie bei der normalen Jagd. Na komm. Wir wollen starten. Danke. Da kann ich nicht einfach von weglaufen, das ist einfach so nah dran. Genau wie die Krähen und das Pferd. Muss natürlich alles hin. Oh, und die Hunde. Oh, komm. Oh mein Gott! Da gibt's keinerlei Waffen. Da gibt's keinerlei Waffen. Wir versuchen mal wegzurennen vor dem Vieh. Keine vernünftige Waffe gegen den. Das schreit dann halt nach Flucht. So, hinten ist was und vorne ist auch was. Hinter mir wurde geschossen. Hier vorne habe ich, meine ich, gerade ein Pferd gehört. Das Ding nehme ich gar nicht erst mit. Das ist ein Pferd. Was haben wir eigentlich bekommen? Okay. Ach Gott. Den zweiten gibt's gar nicht. Das kann leider auch immer vorkommen. Das ist ein Pferd. 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 Oh, 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 oh. So, jetzt geht es da noch weiter. Die Kuh lebt noch. Die Kuh lebt noch. Das ist halt alles sehr, sehr ruhig. Mit Ausnahme von dem, den ich halt schon getötet habe. Das ist halt alles sehr ruhig. Jetzt wird dieses Scheißding noch von Hunden bewacht. Gut. Oh, ne. Verdammt. Ganz paar Sekunden zu spät. Zu langsam. Okay. Dann gehen wir mal zum Gaswerk. Jetzt nicht unbedingt der Compound, den ich mir wünschen würde zum Angreifen. Oh. 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 Das war's für heute. Leider keine Zeit zu spielen, Jungs. Nee. Okay, da befindet sich ein hinteren Turm. 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 so, das war die letzte hätte ich nicht gedacht, dass ich es da drin schaffe aber die hat es mir einfach gemacht so, das war es mir einfach so, das war es mir einfach so, das war es mir einfach